Damit sind wir auch schon bei Meister Obai und Lord Wott angekommen. Auch hier habe ich als Tank wieder ein bisschen mehr zu tun. Ich muss zusehen, dass ich beide an mich binde. Als Asser aber überhaupt kein Problem. Ich habe genug Gruppentank-Fähigkeiten, um das Ganze zu bewerkstelligen. Da auch der eine ab und zu mal wegspringt, kann ich auch mal in meinen Machtziehen drauf wirken. Das erzeugt ja auch immer ganz gut Aggro und wie ihr es hier seht, kann ich die Beine noch relativ gut an mich binden. Wir haben ja auch unsere Spots als Attentäter. Aber jetzt mal zum Kampf. Ihr seht, anfänglich hauen sie mich nur. Der Meister Obai ist jetzt zu einem Kollegen hingesprungen, hat den eben angegriffen. Er macht eine Void und da müssen wir eben draus laufen. Jetzt seht ihr diese Blitzkugeln. Diese Blitzkugeln müssen wir abfangen. Anfänglich kommen davon nur zwei. Im Verlauf des weiteren Kampfes kommen mehrere davon, aber dazu kommen wir dann noch. Wir haben auch einen Debuff bekommen. Der nennt sich Elektrifiziert. Und ab fünf Stapeln von Elektrifiziert stirbt man. Dieser läuft aber relativ schnell ab. Ihr seht, das Gopharno hat ihn jetzt noch ganz kurz. Und jetzt ist er weg. Gut. Warum der wichtig wird, sehen wir auch noch im weiteren Verlauf des Kampfes. Das ist eigentlich der schwierigste Teil hier und ist auch so eine Art Soft Enrage. Ansonsten, wie ich gerade schon sagte, machen die nicht ganz so viel, die beiden. Die knüppeln so ein bisschen auf mich ein, springen ab und zu mal weg. Jetzt macht der Obai wieder seine Void. Sollte man rausgehen. Und auch wieder, ganz wichtig, gleichmäßig runterbringen. Denn wenn der eine tot ist, ist es auch hier der Fall, dass der andere in Enrage geht. So, und jetzt haben wir wieder Kugelblitze. Aber jetzt kommen schon ein paar mehr. Jetzt kommen gerade drei. Und ich fange jetzt einfach mal zwei davon ab. Nein, hier kommen vier. Okay. Da ist die vierte auch schon. Ich habe jetzt zwei abgefangen. Der Gopharno hat zwei abgefangen. Und jetzt haben wir zwei Stacks von dem Debuff. Das ist alles noch in Ordnung. Wir hatten auch, Gott sei Dank, hatten wir wirklich sehr kompetente DDs dabei. Die wussten, was sie tun. Haben ihre Rotation sehr gut gefahren. Und auch ein Bossverständnis gehabt. Hatten da gar keine Probleme mit. Sind auch direkt aus der ganzen Sache rausgelaufen. Wie ihr es hier auch gesehen habt. Eine ganz schöne Sache. Jetzt sind wir wieder in der langweiligen Phase. Gleich kommen wieder die Blitze. Diese Kugelblitze. Und dann wird es wieder wesentlich interessanter. Da kommen sie schon. Und ihr seht, es kommt von Anfang an gleich vier. Und sie dürfen eben einfach nicht in die Mitte kommen. Wir wissen jetzt, muss ich jetzt ehrlich zugeben, wir wissen nicht, was passiert, wenn sie in die Mitte kommen. Weil wir es einfach noch nicht so weit haben kommen lassen. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Schaden gekriegt. Ich habe drei von diesen Kugeln abgefangen. Ihr habt es gesehen, beim dritten Mal habe ich 11.000 Schaden dadurch erlitten. Und das ist schon gar nicht so wenig gewesen. Was ich noch vergessen hatte, ihr habt bestimmt schon diese gelbe, konische Void gesehen. Die einer der beiden nach vorne macht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wer es war. Und aus der sollte man auch ganz einfach rausgehen. Das ist halt, wie schon immer in SW-Tor. Alles, was nach einer bösen Void aussieht, ist auch böse. Man sollte rausgehen. Hier, der O-Buy. Da macht er sie gerade. Rauslaufen. Jetzt kommt auch die letzte Phase mit den Machtkugelblitzen. Da kommt jetzt eine ganze Latte von. Natürlich müssen wir sie abfangen. Ich habe jetzt gleich schon wieder zwei. Jetzt habe ich auch mal meinen Machtschleier angeworfen. Damit kann ich nämlich den Schaden eben umgehen, der dadurch reinkommt. Ist natürlich auch wichtig. Ihr habt es ja gesehen eben. Ansonsten macht es eben beim dritten Stack schon 11k Schaden. Aber das war jetzt auch die letzte Phase mit den Kugelblitzen. Die beiden liegen jetzt dementsprechend gleich sehr schön synchron. Ihr habt es gesehen. Da haben wir sie besiegt. Und das war es. Und das war es. Da sind die letzte Phase mit den Kugelblitzen. Weil wir sie jetzt nicht... Da kamen Sie zum Teil.